Schnelle Triathletien mögen den Sud Ultra Racer 4.0, denn Schnürsenkel sind von gestern. Der Racer ist ein neutraler Wettkampfschuh, der mit seinen Eigenschaften besonders schnellere Läuferinnen überzeugt. Durch die Barefoot-Technologie ist es kein Problem, den Schuh barfuß zu laufen. Das Innenmaterial fühlt sich sehr soft an und es gibt keine scheuernden Nähte. Sehr durchdacht ist der vereinfachte Ein- und Ausstieg durch Zuglaschen an Ferse und Zunge. Als Highlight verfügt das Modell über ein BOA-Schnellschnellsystem. Es bringt dir in der Wechselzone den entscheidenden Vorsprung. Aufgrund der durchgängigen Z-Bound-Elemente ist eine gute Dämpfung und ein guter Energiereturn garantiert. Mit Unterstützung der Carbon Plus Mittelfussbrücke wird eine effiziente Kraftübertragung in der Abdruckphase eingeleitet. Mit dem Drainagesystem wird die Feuchtigkeit optimal vom Fuß weggeleitet. Den nötigen Grip auch bei Feuchtigkeit verleiht dir die robuste Carbon-Außensohle. Der Sud Ultra Racer 4.0 ist der ideale Bestzeitenschuh auf festen Untergründen für Triathletinnen oder Läuferinnen. Du erhältst ihn in allen Runnerspoint-Filialen oder direkt bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.